Ich freue mich auf den 15. Mai hier mit Ihnen und ich nehme Sie mit in die Logistik, die Herausforderung in der Logistik allgemein und dann Deep Dive in den Straßenverkehr, in den Landtransport, die Herausforderung der nächsten Jahre, was sind die Trends im Stückgutverkehr, im Pick-up-Delivery, in den Teil- und Komplettladungsverkehren, in den Spezialverkehr, wie sieht der Markt aus, was sind die Trends der einzelnen Industrien, was ist die Herausforderung für unser Unternehmen Kühn und Nagel. Ich nehme Sie auch mit auf unsere Strategie und lade Sie dann gerne ein mit mir, das Thema Logistik, speziell Landfracht zu diskutieren und uns auszutauschen. Und das Thema Logistik, speziell Landfracht zu diskutieren und uns auszutauschen. Und das Thema Logistik, speziell Landfracht zu diskutieren und uns auszutauschen.